Herzlich Willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mache ich mal eine kleine Wandertour im Harz und zwar von Schierke zum Brocken. Haben wir uns vorgenommen. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Wir wollen zu Fuß auf jeden Fall. Eventuell zwischendrin einfach durch oder die Straße. Da schauen wir mal, wie wir lustig sind. Und wenn ihr mir zuschauen wollt, dann bleibt einfach dran. Leider sieht man hier, wie der Bordgebrauch sich hier schon sehr stark durchgesetzt hat. Da oben sieht man jetzt, wie schon der ganze Berg abgeholzt wurde. Durch den Burkenkäfer ist das alles braun und die sind auch schon erst abgeworfen. Die Baumstämme. Schade. Wenn ihr die Lachen mal macht. Seh mal in den Mittels. Vielen Dank. Das war so kleine Hase. Du kannst es schön nochmal erklären. Das war so schön. Das war so schön. Ich würde lieber hier oben lang gehen. Und hier ist es mutterig. Cool, die ganze Wurzeln. Jo. Alter Schwede. Ich kann den Weg noch auf die Video. Denn sie hat gesagt, dass sie sich hier drüber geht. Dann hat sie sich unter einer Wurst die Straße zu sehen. Du hast die Straße. Du hast die Straße. Herrlich. Toller Wetter. Vanillchen. Die können wir schon nicht mehr. Ich weiß nicht. Irgendwo von da ganz unten sind wir hergekommen. Dem Tal der Hexen. Ja. Ja, geil. Wasser. Wasser. Hier ist Papi. Allein mal rein springen. Genau. 3,2 Kilometer. Wir haben erst 100 Meter. Bei 2,9 haben wir schon weg. Ja. Papi. Ja. Hier kann man baden gehen. Das ist ein altes Tief. Kannst du reinlegen? Ja. Es wird kalt. Kannst du rein? Passt zu. Ach, Leute, das wird schön. Mit dem Wetter habe ich auch noch Glück. So, heute Morgen ist es nicht so rosig aus. Oh, jetzt. Oh, je. Das wird hier immer schwieriger. So, dann. Bis nachher. So, dann. So, dann. So, dann. Und das geht aber noch bergauf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020